ACIP ist ein Kompetenzzentrum, das in ganz Österreich tätig ist, insbesondere in Graz, in Wien, in Tulln und in Innsbruck. Wir forschen an neuen Verfahren und entwickeln Prozesse, die umweltschonend, kostengünstig, klimaneutral und effizient sind. Das Besondere an ACIP ist, dass wir die Verfahren und Werkzeuge der Natur nutzen, um die Prozesse einfacher zu machen, effizienter zu machen, wirtschaftlicher zu machen, umweltschonender zu machen. Da arbeiten wir mit unseren über 200 Forschern und den verschiedensten Standorten für Pharma, Chemie und Industrie daran, um neue Prozesse einzuführen. Das Ziel von ACIP ist, die Entwicklung der modernen molekularen Bioforschung in industrielle Bioproduktion umzusetzen. Eine wichtige Frage in der Biotechnologie ist immer nach der Nutzung von Rohstoffen. Ein wesentlicher Aspekt im ACIP ist aktuell die Nutzung von Kohlendioxid als neuer Rohstoffquelle für biotechnologische Prozesse. Im Zuge des Klimaschutzes füttern wir unsere Bakterien mit CO2, die dann unterschiedliche Produkte produzieren, wie zum Beispiel Moleküle für die Kosmetikindustrie, aber auch Proteine für die Tierfütterung. Wir bei ACIP nutzen Mikroorganismen, um auf natürlichem Wege die unterschiedlichsten Chemikalien für alle möglichen industriellen Anwendungsgebiete herzustellen, wie zum Beispiel für die Produktion von Biokunststoffen. ACIP – Innovations from Nature. Absatz – Innovations von Biokunststoffen Absatz – Innovations von Biokunststoffen Veränderung mit CO2, Einige und Empowerung mit CO2 undarsaal